Apple hat die neuesten iPhone-Modelle veröffentlicht und hier erfährst du, welche Dinge beim iPhone 14 wirklich neu sind. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Jetzt war es endlich soweit. Apple hat seine neue iPhone-Generation vorgestellt. Zuletzt waren die Änderungen oft minimal und die neuen Modelle kaum von den Vorgängern zu unterscheiden. Was Apples CIO Tim Cook präsentierte, hat sich diesmal optisch, naja, eindeutig von den iPhones der vergangenen Jahre unterschieden. Allerdings trifft das dann auch nicht auf alle, sondern nur auf einen Teil der neuen iPhones zu. Außerdem haben alle neuen iPhones eine bahnbrechende neue Funktion erhalten. Fakt Nummer eins, es gibt kein iPhone Mini mehr. Insgesamt hat Apple vier neue iPhone-Modelle vorgestellt, zwei Pro-Version und zwei Standard-Modelle. Bei den nicht Pro-Versionen wurde das kleine iPhone Mini in den Ruhestand geschickt und durch das wesentlich größere iPhone 14 Plus ersetzt. Das bedeutet, dass es die aktuellen iPhones nunmehr in jeweils zwei verschiedenen Größen gibt. Zum einen das iPhone 14 mit 6,1 Zoll und das iPhone 14 Plus mit 6,7 Zoll. Nehmen wir die Pro-Varianten noch mit dazu, gibt es natürlich auch das iPhone 14 Pro mit 6,1 Zoll und das iPhone Pro Max mit 6,7 Zoll. Punkt Nummer zwei, bye-bye, notch, hello, Dynamic Island. Die Abstufung zwischen dem Pro und nicht Pro-Modellen tritt in der neuen iPhone-Generation noch deutlicher zutage. Denn die Standardgeräte iPhone 14 und iPhone 14 Plus sind weiterhin vom breiten Balken der Notch geprägt, während die Pro-Version mit neuen platzsparenden Display-Aussparungen kommen, die Apple als Dynamic Island bezeichnet. Im Grunde handelt es sich dabei um ein gewöhnliches Kameraloch, in dem sich die Selfie-Kamera und die Sensoren für Face ID verstecken. Apple hat es allerdings geschafft, das Kameraloch mit zusätzlichen Funktionen auszustatten, sodass die Grenze zwischen Software und Hardware hier einfach mal verschwimmt. Das sogenannte Dynamic Island passt sich nämlich an Notifications an und harmoniert mit deren Darstellung. Erhält man eine Benachrichtigung, wird die Display-Aussparung scheinbar vergrößert und die Darstellung der Benachrichtigung praktisch unsichtbar integriert. Punkt Nummer drei, Verbesserung bei der Kamera. Auch bei der Kamera hat sich der Abstand zwischen den beiden Modellkategorien noch einmal vergrößert. Die Nicht-Pro-Version, die kommen noch immer mit zwei Kameralinsen, 12 Megapixel Hauptkamera und 12 Megapixel Weitwinkel. Die Pro-Modelle haben ein zusätzliches Objektiv mit dreifachem optischen Zoom. Ferner wurde bei den Pro-Versionen die Auflösung der Hauptkamera von 12 auf 48 Megapixel hochgeschraubt. Auch die Sensorgroße wurde im Vergleich zum Vorgängermodell um 65 Prozent vergrößert, was vor allem bei schlechten Lichtbedingungen zu besseren Ergebnissen führen soll. Für Videoaufnahmen hat Apple eine neue Stabilisierungsfunktion eingeführt. Sie soll Verwackelung vorbeugen und Gimbal-ähnliche Clips liefern. Der Name, der sogenannte Action Mode, ist bei allen vier iPhones verfügbar. Punkt Nummer vier, das Always-On-Display. Erstmals erhalten die neuen iPhones auch ein Always-On-Display. Benachrichtigung und sogar das Wallpaper werden permanent dargestellt, ohne dass man das iPhone aktivieren muss. Allerdings ist auch diese Funktion den beiden Pro-Modellen vorbehalten, ebenso wie die adaptive Refresh-Rate zwischen 1 und 120 Hertz. Apropos Display. Die neuen Modelle haben auch einen überarbeiteten und verbesserten OLED-Bildschirm, der vom schmaleren Rändern eingefasst wird. Die Helligkeit gibt Apple mit 1600 Nits an. Die Peak-Brightness beträgt sogar bis zu 2000 Nits. Damit stellt das iPhone 14 Pro alle Smartphone-Displays zumindest auf dem Papier in den Schatten. Test werden natürlich dann die Wahrheit beweisen. Punkt Nummer fünf, die neue SOS-Funktion per Satellit. Ebenfalls neu ist eine Notfallfunktion, bei der via Satelliten Hilfe geholt werden kann. Handyempfang ist dazu nicht notwendig. Möglich wird das, indem sich das iPhone direkt mit einem Satelliten verbindet. Die Anwender müssen das Handy aber entsprechend ausrichten. Das iPhone zeigt einem, wo der Satellit ist, an und das Handy muss man dann in diese Richtung halten. Anschließend wird eine Textnachricht an Bekannte oder gleich direkt an die Einsatzkräfte übertragen. Das Feature startet im November nur in den USA und Kanada und soll auf dem iPhone 14 für zwei Jahre lang gratis sein. Wann dann die Funktion nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Ebenso liegen keine Informationen vor, wie viel diese SOS-Funktion kosten soll. Ebenfalls neu ist eine automatische Unfallerkennung. Wenn das iPhone meint, dass man einen Autounfall hat, dann können automatisch Rettungskräfte verständigt werden. Sowohl die Satelliten als auch die Unfallfunktionen sind für alle neuen iPhone-Modelle verfügbar. Punkt Nummer sechs, neuer Chip und eSIM-Only. Die beiden Pro iPhones werden vom neuen A16-Bionic-Chip angetrieben. Dieser soll deutlich leistungsfähiger sein und gleichzeitig weniger Energie verbrauchen. Die beiden Standardgeräte haben den A15-Bionic-Prozessor aus dem Vorjahr immer noch integriert. In den USA werden alle vier neuen iPhone-Modelle ohne herkömmliche SIM-Kartenfächer verkauft. Das bedeutet, dass alle neuen iPhones eSIM-Only sind. Ein großer Schritt, dem auch hier in Deutschland verschiedene Anbieter demnächst folgen werden. Für den europäischen Raum gibt es natürlich noch das klassische SIM-Kartenfach. Siebter Punkt, die Preise. Und hier gibt es eine kleine Enttäuschung zum Schluss. Die neuen iPhones haben einen deutlichen Preissprung hingelegt. Zumindest was die Euro-Preise betrifft. Das Standardmodell iPhone 14 ist um genau 100 Euro teurer als das Vergleichsmodell aus dem Vorjahr. Das iPhone 14 Pro kostet 150 Euro mehr und beim iPhone 14 Pro Max ist der Preis um glatte 200 Euro gestiegen. Preise sind vom iPhone 14 999 Euro in der Einstiegsversion. Das iPhone 14 Plus kostet in der Einstiegsversion 1149 Euro. Das iPhone Pro 1299 Euro und das iPhone Pro Max in der Einstiegsversion 1449 Euro. Und für die 1TB Version musst du glatte 2099 Euro auf den Tisch legen. Punkt Nummer 8, die Farben. Aktuell bekommst du dein iPhone 14 in Mitternacht, Violett, Polarstern, Rot und Blau. Und das war's schon mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Informationen hier herausziehen. Wenn ja, gebt diesem Video ein Like, gebt diesem Kanal ein Abo. Kostet nichts, ist alles umsonst. Ich sage vielen Dank fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video. Und das war's. 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 Tschüss. Bye-bye. Und winke, winke.